ok kurzer nachtrag wenn wir jetzt ein paar leute schon angesprochen haben diese zirbenlüfter das ist echt was tolles das ist der große zirbenlüfter da gehen bis zu neun kerzen unten eine d lichter und wenn der dann befeuert wird auch noch also da duftet ein richtiger raum super schön du glaubst du bist im wald auf der anderen seite habe ich hier auch noch einen steig also wenn man die beide einschalter herinnen ist echt toll und ich bin eben gefragt wo es die zum kaufen gibt oder was die kussen und eigentlich will die nicht verkaufen sondern ich würde gern wenn wer interesse hat für euch noch auf der alm herum als ein workshop über wochenende freitag samstag sonntag machen ob nächstes jahr ging das los ich würde das holz vorbereiten euer job ist also das schneiden das verleimen das logo zum reinfräsen die flammen oder was ich immer da da wollt und mein job ist das zum organisieren die teile und dass ihr dann am sonntag mit so einem großen lüfter haben wir kennt falls ihr jetzt da interesse daran gefunden habt dann nehmt einfach kontakt mit mir auf die daten liegen unten bei oder gebe ich noch irgendwie eine weiß ich noch nicht genau und würde mich freuen wenn wir das machen könnten weitere details kommen dann noch ok